Fäden aus Baumwolle, Merino in Blau, Rot, Grün und Gelb. Bei Andreas Möller laufen sie zusammen. In seiner Hamburger Werkstatt schafft er Einzelstücke, ganz besondere Art. Ich habe angefangen mit dem Weben, weil ich es nicht perfekt genug fand. Da war ich zwölf und habe in der Schule eine Gruppe beobachtet, die weben sollte, mit Fäden auf Pappe gespannt und dann mit einem Faden hoch, ein Faden runter. Das habe ich zu Hause nachgemacht und hatte wohl Spaß an dem Es-Tun, aber nicht so und dachte, dass es doch besser gehen müsste. Und ich habe dann den ganzen Webprozess noch mal neu durchflügt und neu gestaltet. Und so habe ich, seitdem ich zwölf bin, mein ganzes Leben damit verbracht, mir zum einen das Weben selber beizubringen und natürlich auch sehr traditionell, auch in meiner Web-Ausbildung. Den Webprozess zu optimieren, war der große Reiz. Er hat somit ein Spezialkonstrukt entworfen, das er in Entwicklungsländer exportiert. Das Optimierte an meinem Flying-Aid-Webstuhl sind viele Kleinigkeiten. Es ist zum einen die Größe. Er ist nur noch 1,20 Meter tief und nicht mehr 1,70 Meter oder sogar noch tiefer. Also es spart ziemlich viel Platz. Jeder kann ihn alleine selber bauen mit ein bisschen Konstruktionsholz, Dachlatten und so, Pappe, Tape und strammen Bindfaden. Zum anderen ist er sehr leise, sehr komplex, sehr schnell, sehr körperfreundlich. Also man überreißt die Schultern nicht und man tut sich die Knie auch nach vielen Jahren des harten Arbeitens nicht weh und der Rücken wird schon behandelt. Und so kommen viele Kleinigkeiten zusammen, die aber das große Ganze wirklich besser machen. Die Steine an meinem Webstuhl sind die Bremsen der beiden Balken, die die Spannung für den Stoff herstellen. Zum einen sind ja die Kettfäden auf den hinteren Balken aufgewickelt und für je mehr ich webe, muss ich auf dem vorderen Balken den Stoff wieder aufwickeln und von hinten nachlassen. Und so kann man bei mir Handtücher kaufen unter dem Label From the Hands of Ethiopia. Die Kooperation mit Äthiopien ist das Herzensprojekt von Andreas Möller. Ein Stück Entwicklungshilfe mit bunten Fäden, die Früchte trägt. Mit meinem Webstuhl kann man die eigene Kultur bereichern, aber auch den Weltmarkt erobern. Und so kann man die Kettfäden werden, die wir in der Kettfäden haben. Vielen Dank.